Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal für 21004. Es ist schön, dass du dabei bist. Wir sind hier im LS19 auf der Nordrhein-Marsch. Wir sind 2.9. Letztes Mal war ein bisschen abrupt gewesen, aber das Telefon klingelt. Arbeitskollege dran gewesen. Da dachte ich so unglaubwürdig von ihm. So. Ganz gut. So, der ist da. Wenn ich ihn erst mal tacken kann. So ist man vergessen. Hier steht man rot. Oh. Ja. So. Ja. Als ich 1.0. Das klingt. Als ich 1.0. Ich sewste. Also. Ich bin jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt, was ich. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt. Okay, das war's. Okay, das war's. Das ist so weit. Eigentlich haben wir zurückgefahren jetzt. Wir haben das hier. Ich habe die Mache. Dann packen wir den mal unter dem Dach und dann... nächstes mal auch gleich so rausfahren und tanken. Vielleicht klappt die Licks und ist fertig. Dann möchte der abgetackt werden. Schicken wir gleich wieder los. Jetzt schon mal die anderen reingeben. Das tut ja relativ hoch. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. und wieder auf die nächste Maske. Ja, passen. Ja, passen. Ja, passen. Ja. Ja. Okay, so geht's. ja so kriegen wir ihn komplett leer also wir können das so machen schicken wir jetzt erstmal so los scheinbar ein Poster von Serio aber er ist da so 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 Früher war er noch von braun. Mal schauen. Also wenn ihr das seht, auf jeden Fall das Video. Ich habe aktuell im Urlaub. Ich klicke mal bei Instagram bei mir vorbeischauen. Da werde ich denke ich immer mal wieder so ein bisschen die Story bringen. Aus Norddeutsch. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ja so ein bisschen abgeschrieben. Mal so Kleinigkeiten unterlegen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. hier auf den Hof bringen lassen. Ah ok, wer da? Gucken wir mal bereit. Die Sachen brauchen. Ich kann jetzt einfach mal gewinnen, dass der nicht stört. Bei den Tieren würde ich nicht immer gucken. Hier sieht es aus. Dabei muss man auf jeden Fall die Leute raus holen. Ich bin jetzt erstmal die 4-Schweine-Stahl 2. Nein, das ist ganz überschaubar. Aber dann halt mit dem Kuhstein müssen wir unbedingt, dass wir da aus dem Zeug rauskriegen. Wir müssen mal was gucken mit... ...die hat eine Ernte. Ähm... Der Meister würde schneiden, der würde ich wissen. Auch mit. Okay. Was wir Hopfen sammeln. ... ... ... ... ... ... ... ... ... so ein bisschen die weggekriegt, ja wobei schon warum sie ja jetzt versiert haben wir müssen doch mal gucken, wie können wir das wie können wir das solcher verkaufen das ist noch passiert das wird das ist schon so die 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 Also nun sind wir da noch möglich. So, hier können wir auch noch weiter wegfahren wieder. Das er meint, der gehört bald hin, weil er jetzt hier drei Tage steht. Da lang. Da. 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 Ich bin schief. Da. Ja. Da. Da. Oh nein, Momentan, we're here. Rader Prank Passt Lava Wie gesagt, den lassen wir jetzt erstmal So Mal schon direkt fahren Aber es ist gut, dass wir den anderen wieder hergeholt haben Weil den brauchen wir auf jeden Fall gleich So Der eine muss entladen werden Der andere muss aufgeführt werden So So Ich würde sagen, ich warte Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst mir doch mal oben da Schreibt mir einen Kommentar Über den Foto würde ich mich freuen Und wenn ihr die Glocke aktiviert Verpasst ihr keine meiner Folgen mehr Macht's gut Tschüss Und ja, Pelle Dann 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 Dann